Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil 3 und mit einer neuen Folge neuem Glück und neuen Gefahren, würde ich mal sagen. So, wir haben aber eben in der letzten Folge ein kleines Backtracking gemacht und haben uns lauter tolle Sachen geholt. Zum Beispiel ein neues Schäftchen, ein Schaft für unsere Schrotflinte, jede Menge neues Zeug und den Dietrich können wir auch unser eigen nennen. Das heißt, wir kriegen jetzt alle möglichen Schlosser auf, die uns da so in den Weg kommen. So, jetzt ist nur die Frage. Ich speichere nochmal ganz kurz. Die Frage aller Fragen, die sich mir stellt. Den Stromunterweg wieder anschalten. Wo muss ich denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, ne? U-Bahn-Büro, U-Bahn-Werk. Hm. Ich denke mal hier hinten, oder? Durch die Garage wieder und dann hier unten noch weiter. Weil da war ich ja noch nicht überall. Ja, ich denke, ich muss da wieder zurück. Ich muss da wieder hin, wo wir herkommen. Gut, das sollte ja kein Thema sein. Gut. Das ist ja auch die einzige Stelle, wo ich im Prinzip auch noch nicht war. So, da ist auch noch ein Kollege. Wunderbar. Na gut. Ich bin gespannt. Aber da waren die Spinnen und ich habe keinen Bock auf Spinnen. Ich meine, ich habe es glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, ich habe kein Problem mit Spinnen so im Privatleben. Solange die nicht die Größe von einem kleinen Hund haben, ist glaube ich alles gut. Ähm. Aber ich finde die in Spielen halt manchmal wirklich eklig. Das muss nicht so unbedingt sein. Ähm. So, jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren. Ähm. Ja, wir sind richtig. Da war nämlich der, der Brand, wo wir den Schlauch benutzt haben, um das Feuer zu löschen. Halt, war hier was? Nee. So, dieses schöne Spinnchen, was uns da begegnet ist. Das hat irgendwas in unserem Hals abgelegt. Da hatten wir einen Parasiten. Das heißt, wir wissen schon mal, was ungefähr auf uns zukommt, sollten wir gegen die kämpfen müssen. Wobei die Frage ist, ob das ein ganz normaler Gegner war oder ein Endboss, ein Zwischenboss. So, Jungs. Bleibt mal schön da, ne? Ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Um euch brauche ich mich nicht zu kümmern. Ich hoffe es. So, jetzt ist wahrscheinlich auch klar, warum der Strom hier ausgefallen ist, weil die Spinnen sich hier eingenistet haben. Und die haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der Strom ausgefallen ist. So. Ich speichere hier trotzdem noch mal ganz kurz, weil aus Gründen... Dann brauche ich den Weg, falls wir sterben, nicht noch mal laufen. So. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Heilung habe ich mit, ne? Ja, Heilung habe ich mit. So, hier war ja sonst nichts mehr, ne? Ich glaube, hier hinten war eine Sackgasse, ne? Bitte was? Okay. Ich hoffe, die springen nicht einfach hier irgendwo raus, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. So, hier haben wir schon aufgemacht. Und weiter war ich noch nicht. So, die Trennschalter. Was stand da? Die Trennschalter umlegen. Eins von vier. Na, herzlichen Glückwunsch. Äh. Na, hier bin ich ja sowas von richtig. Was ist denn das für ein Glory Hole hier? Ich habe keine Ahnung. Und da ist schon wieder so ein komischer... Oh Gott. Wah! Hihihiihi. Gut, Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Hm. Hih. Hih! Nicht so schnell. Ich muss erst mal schießen. Wo ist das viel hin wo ist die hin so gott quasi nicht schnell alter nicht schnell die zerfliegen aber ganz gut also schon angeschlagen scheiße ja gut da sind die flott die kosten mich ganz schön viel money aber ich will nicht die schrubblende hier benutzen wo ich wüsste wer hier spaß hätte ich wüsste genau wer hier spaß hätte sieh da vorne ich kenne da letzte player in die hat ziemliche angst vor spinnen ich glaube die hätte hier keinen spaß ich muss die erst ausschalten vorher habe ich hier keine ruhe na ok 1 von 4 ok wenn die zerplatzen dann bin ich beruhigt ich würde so gerne um die ecke luken ich weiß auch nicht ob die hier einfach so auftauchen oder ok so oh gott äh 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 ist ja noch eine ok die halten nicht viel aus aber die machen uns bisschen schaden das ist nicht so gut tot naja ok die brauchen maximal zwei schuss wenn wir sie denn richtig erwischen boah 1 von 4 herzlichen glückwunsch wollen wir wahrscheinlich nach jedem hebel umlegen wird eine kommen ups weil die kamera sich immer so schön ändert na klar ach die kommen hier aus diesen löchern hier raus ich höre doch schon wieder was gesehen ich habe dich gesehen ach was ich glaube die können durch diese löcher können die sich schnell irgendwo hin äh manövrieren das habe ich schon aktiviert ne ich muss erstmal zurückheilung nehmen so wird das nix scheiße also das kostet ziemlich viel muni gerade und ich werde es gibt ja noch eine chef spinne ich glaube wir werden gleich sterben uff 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 oh man das äh scheint interessant zu werden vor allem sind die sehr schnell so ich werde es aber erstmal trotzdem nicht speichern so soll man erst silverspray mal nehmen dann habe ich drei stück von aber trotzdem ist es mir eigentlich ein bisschen zu warte mal ich mache mal anders ich mache mal dieses und dann nehme ich mal das und kombiniere mal okay ich speichere mal auf einem neuen Spielstand nur für den Fall Entschuldigung ich hoffe das hat man nicht gehört wenn doch das sind alles Effektgeräusche so ich hoffe die Muni reicht ne Mist ich hoffe die kommen hier nicht unendlich das wäre so ein bisschen sehr schlecht so war ich denn noch nicht geradeaus und dann links da ist noch eine Tür und hier waren wir noch nicht okay ich gehe erstmal geradeaus da war eh noch eine ich kriege hier Paranoia ne ach guck mal wir sehen er lebt noch jetzt nicht mehr die hat wohl geglaubt die könnte sich da einfach anschleichen so hier ist noch ein bisschen Kraut oha Spiderman gefällt das ach du heilige wie viele bitte ich gehe erstmal hier hoch ich glaube die kommen hier wirklich unendlich oder kann das sein Pistolen Muni Gott sei Dank hier würde auch die Schrotflinte überhaupt nicht helfen oh Gott was ich hoffe hier gibt es nicht noch ne Chefschwinne so warte mal äh hier ist alles erledigt das glaube ich nicht hier ist doch bestimmt die muss doch noch ein wir brauchen nur noch einen vierten wir haben drei von vier ja 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 weiß schon warum ich vorhin so viel ich habe noch nie bekommen Spiders man sind hier viele da ist der letzte Generator ich dachte da wäre einer ich glaube nicht dass wir hier so schnell wegkommen mir ist schon wieder eine runtergefallen oh Mann haben die mir gerade einen schnellen Rückweg offeriert hier warte jo ich glaube ja wir können jetzt schneller hier raus so warte wir müssen geradeaus und dann links und dann kommen wir wieder zur Tür ne okay so hier geht's raus ne ja schnell raus hier so hey hey strötchen danke für die 10 10 bits vielen vielen dank womit habe ich das denn verdient dankeschön und der Alert funktioniert naja zumindest der Ton das habe ich ja ausgeschaltet danke danke okay Strom haben wir wieder eingeschaltet ich hoffe dass da jetzt nicht irgendeine Spinne rauskam und jetzt sagt du hast mein Haus zerstört ich glaube ich muss jetzt mal Rechen nehmen nee das hoffe ich nicht so Schießpulver ich muss mal gerade ein bisschen Muni machen ne wir haben nämlich gerade nicht mehr so viel wir haben einiges verloren gerade bei den Spinnen 23 war schon mal besser so ich speichere mal hier oben ich hoffe das wird mir nicht negativ ausgelegt dass ich so viel speicher aber naja Carlos es ist Jill ich habe die Kraft auf dem Subway gut geht nächstes Mal ist das Traffik-Kontrollsystem das sollte in der Subway-Komponies-Office sein genau ich glaube ich weiß das Gebäude wirklich wirklich viel zu gehen Partner ein Schritt vor nicht dein Partner gerne danke super super danke äh Karte ich gucke mal gerade die haben wir nichts mehr vergesen na vergesen haben wir nichts mehr gut außerdem hast du jetzt so ein schönes Symbol ich habe zwar noch nicht so schöne Symbole wie die Julia aber kommt alles noch so das U-Bahn-Büro ja und ich ahne dass wir vielleicht gleich Besuch kriegen könnten moin ja ich befürchte schon oh guck mal die Zombies sind weg der hat die bestimmt alle gekillt lalalalalalalala guten Tag oh ja Moment so nicht aua das tut doch weh ich hab doch mal stehen eigentlich sollten vier Schüsse ausreichen oh yes ich glaube wir werden sterben wir werden sterben sterbe ich sterb man es war so klar dass der jetzt kommen muss Carlos das Ding ist noch alive das ist richtig so ach wir haben noch die Schrift wir haben ja noch die Granate im Notfall da kam jetzt doch schneller als erwartet ähm so wir müssen die Schriftlinie nachladen huiuiui aber ich hab mir das schon gedacht das war eigentlich klar es war eigentlich klar ich glaube wir müssen ihm auf den Kopf schießen damit der damit der davon effektet wird ne von dem was mein Handy vibriert was ist hier los ach Quatsch alles gut so wir müssen ganz schnell zur U-Bahn-Station äh sind ich nicht zur U-Bahn-Station sondern zum U-Bahn-Büro ne ist das oder U-Bahn-Büro doch müsste eigentlich okay die Treppe hoch Donut laden auf die andere Seite und dann ja gut das sollten wir eigentlich hinkriegen wenn der jetzt nicht hier vorne gleich wieder rumjumpt oh Gott was Schnauze da ist er er ist grad hier irgendwo gespawnt Alter wieso ich bin doch ausgewichen ey ähm wieso kann er dreimal hintereinander schlagen das ist nicht so gut das ist überhaupt nicht gut nochmal 10 danke 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 ich hab grad den Blödsack hier am Arsch nö 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 darf ich bitte wieder aufstehen das gehört sich nicht oh ich hab gerade irgendeinen coolen Treffer gelandet keine Ahnung wie aber das hat ihm wohl nicht gefallen ja nö ist klar Freundchen so wo muss ich lang ich bin glaub ich ein bisschen falsch gelaufen äh wir müssen nach nach rechts äh was dein Atemstieg nach Knoblauch wieso kann ich ihm liegen nicht schießen so er geht in die Knie jetzt können wir los schnell 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 da ist die U-Bahn-Station oh gib mir den Arsch ja ja wieder hier und vor allem richtig so so was äh so Red Fox Park okay Red Fox Station ne Red Fox Park hat er gesagt okay was muss ich machen wählen äh okay ich muss mal gucken was hier was macht ne äh F-A F-O-R-A-S-T und M-A okay das sind die verschiedenen okay äh der oberste die oberste kann ich nicht nehmen ne Red Stone Street da sind wir so wir müssen da wo die X sind kann ich wahrscheinlich nicht lang fahren oder das ist aber doof ich seh gerade da unten kann ich gar nicht lang warte mal ähm also von Red Stone kommen wir nach nach Faust Faust ist das Faust Avenue ich glaube also F-E müsste das sein Faust Avenue so von da aus nach Raccoon Central Station R-S hätte ich jetzt mal gesagt hm oder R-E was ist denn was könnte R-E müsste eigentlich sein was ist denn R-E R-E passt gar nicht Raccoon Central Station Market Street Stoneville Fox Park St. Michael's Clock Tower nee R-E ist oder nee das ist Red Stone Street okay wir müssen was ist denn Raccoon Central Station das gibt's gar nicht scheiße ich hasse so Spüselwitzel ach warte mal ich kann hier auch noch hin oh Gott ähm okay warte 1 2 3 4 hier sind ja hab ich die Maus hier nein ihr seht ja da diese weg ja diese diese komischen Zahlen da ne Red Stone Station ist die 1 0 1 so und bei Faust Avenue das könnte was könnte das das könnte eine 2 oder eine 3 sein ich bin mir nicht sicher es könnte es ist wahrscheinlich eine 2 ich stell das mal auf 2 so ähm dann da unten das kann man gar nicht lesen äh und vor allem ist eh ach warte mal R-A R-A hatten wir doch oder genau R-A äh tja das könnte sonst was sein das ist nicht so gut haben wir da noch irgendeinen Hinweis auf der Karte den ich vielleicht nicht sehe ne ne ok ich mach mal 3 und dann äh dann die St. Michaels Clocktower ST ne es müsste es müsste ST sein alles andere macht keinen Sinn ok so das ist eine 2 das kann man ganz gut erkennen und unten kann ich nicht machen so das war richtig ok F02 und 03 ist richtig ah warte mal wir müssen unten das Gleis wechseln bei St. Michaels Clocktower müssen wir auf Gleis 02 wenn ich das richtig sehe da unten ist eine Weiche hey 3 Bits danke Strohschen ah schön danke danke so St. Michaels Clocktower wir müssen auf Gleis 2 ok zurück wir sind doch hier vielleicht 2 ähm warte mal ich mach mal 01 mal gucken was passiert hm muss ich vielleicht muss ich vielleicht doch über die rote Route fahren dass die dass die anderen gar nicht gehen dann müsste ich RA 04 machen warte mal ich probier das mal aus ich geh hier mal auf Gleis 4 guck mal was passiert ne da geht's nicht lang ähm ja wie kann ich denn da unten das Gleis wechseln Raccoon Central Station was denn wenn ich gar nichts eintrage was passiert dann dann hält er da vorne an ok er muss also ein Gleis haben so 01 dann würde er da oben lang fahren ok klar er wechselt auf Gleis 1 Gleis 1 ist oben so Gleis 2 war es nicht Gleis 3 vielleicht nö dann hält er ja da wieder an warte mal Gleis 3 endet da dann ist das hier vielleicht falsch dann ist das hier vielleicht falsch ne son Michaels Clock Tower wenn Dark Leis 3 endet dann müsste ich da ist ja da hä ich verstehe das gerade nicht ist das hier vielleicht falsch Michaels Clock Tower was könnte das sonst noch sein so das ist das ist auf jeden Fall Redstone Street SA dürfte ist das hier vielleicht oh scheiße das wollte ich nicht Entschuldigung das hier war der ne ja oh das war richtig das war der falsche das war der falsche Bahnhof ok ich gebe mich doch hier nicht aus in der Stadt make sure the subway is ready to depart